Guten Tag, Leute. Mein Name ist William. Ich werde heute ein Experiment ausführen. Habe ich richtig gesagt? Machen. Machen. Und zwar gibt es Menschen, die keine Spritze trinken. Das ist keine Werbung. Ich werde nicht gesponsert oder so. Aber ich habe überlegt, normalerweise würde ich die Flasche schütteln, damit dieses Gas vom Wasser rausgefettet wird und dann nach oben fließt. Ja? Aber in dem Fall könnte ich schnell die Flasche schütteln. Oder, Schatz? Wie bitte? Darf ich schütteln? Ja. Nein. Es gibt heute einen Weg. Ohne dass du schütteln musst und du trinkst das Wasser, aber ohne Gas. Ich zeige euch. Das war 17 Prozent Gas rausgefettet. Das ist der Weg, wie wir von spritzig Wasser normalerweise Wasser im Mund erschaffen. Okay. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn es euch das Video gefällt, dann teilt das. Schickt das zur Facebook-Seite sowie Buzz-Videos oder sowas. Es gibt so ein paar Seiten. Ich habe da schon mal angeschrieben. Die antworten nach drei Tagen. Das kommt beim ersten Tag. Automatische Nachrichten. Ja. Vielen Dank für das Anschreiben. Unser Team. Ah. Diese Facebook-Seite heißt Best Trend Videos. Ja. Und die haben geschrieben. Unser Team. Oh, jetzt ist er am Arsch. Also das war Schicksalsschütterei. Ja. Nicht meine. Ja. Schickst du diese Facebook-Seite. Ja. Support. Und dann guck, weil du weißt. Der ist ein guter, guter, guter Opa. Ja. Ja. Okay, Leute. Ciao. Machs gut. Mach daumen hoch. Oder sowas. Ja. Ja. Okay. See you later, Aligata. Ciao. Ciao.